Ja, hallo und herzlich willkommen zu Ryzen's Yuzorn. Wir gucken mal. Ich würde sagen, die Inventar. Oh, oh. Ich steck. Ach, das ist so ein Arschloch. So, das war ein Schlescher. Die Frage ist, kriegen wir die hin? Ich muss gucken, dass ich von einer weiten Entfernung irgendwie hinkomme, sonst hat es keinen Sinn. Oh, oh. Oh, wie kalt. Oh, gute Frage. Oh. Ahem. Schwierig. Wir haben das extra so gemacht, dass wir hier nicht hochkommen. Und Scheiße. Rotes Licht. Kann er hier irgendwas machen? Ja, der wirft mich runter. Ja, der wirft mich runter. Der wirft mich runter. Doch, wo ist es hier? Der wirft mich runter. Sehr hilfreich. So, es nützt nichts. Ich werde weiterlaufen. Weil es hat keinen Sinn. Das werden wir mal machen. Wenn wir so ein bisschen so weit sind, dann werden wir das tun. Das hat so ganz keinen Sinn. Ich bin zwar auf 45 und das ist 27 oder sowas. Stufe 32. Kann man hier? Momentan nicht so die Lust. Dann sollte man das auch nicht tun. Dann lass mal weiterlaufen. Ich hab momentan nicht so die Lust dazu. Ein bisschen mehr die Hauptcharakter machen. Äh, Koopteile machen. Das wäre doch was. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Hm. Ja, Ja. Das war's für heute. Das hält sich. Das hält sich. Ich hoffe, mit dem wohl ein Feind kann. Ich bin ein Feind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der ist echt sauer. Autsch! Ähm, die Frage. Ah, manchmal sieht man es nicht so, aber ich schaffe jetzt das mal komplett. Bannungfigur, sehr gut. Sonst haben wir nichts, außer das Ding. Ah, Notizbuch, glaube ich. Mütter. Okay. Ja geil, oder? Oh. Yoohoo! Langsam, langsam. Nein, schnell, ganz schnell. Die Maschine ist schnell. Okay. Die Maschine ist schnell. Das wäre geschafft. Die Maschine ist schnell. Cooler Maschine. Cooler Maschine. Lagerteuer, ich denke. Jetzt geht es weiter. Das hier muss Scheuerfeld sein. Maratsagent sollte inzwischen am Machtplatz angekommen sein. Bei der Kälte rosten einem die Gelenke weg. Ich bin gut. Eloy. Ich bin gut. Oh. Ich bin gut. Ich bin gut. Marats Agent ist nicht hier, aber er hatte doch wirklich genug Zeit. Wir sollten ihn suchen. Richtig. Ich habe keine Zeit zum Paule. Ich habe Rechnungen zu bezahlen und warten. Ich habe Rechnungen. Ich habe Rechnungen. Ich weiß nicht, ob er das verkaufen kann. Wie ist das ein Glas? Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir ein bisschen unsicher. Ich bin mir einiger und ich bin einiger und ich bin mir einiger. Tja, hier ist vor kurzem jemand aufgebrochen und der hatte es eilig. Ganz schön empfindlich. Jedes Mal, wenn ich Ihnen erklären will, wie blöd ihr Aberglaube ist, sehen Sie beleidigt ab. Oh. Die Nora fertigen also aus Maschinenbauteilen ihre Kleidung. Das ist Maratsagent. Der Waldschläger haben ihn entdeckt. Vielleicht, weil er zu viel wusste. Sieh mal hier. Er zeichnete etwas mit seinem Blut. Gut. Das ist eine Karte, der wir folgen sollten. Das ist wohl Scheuerfels. Ein Punkt im Norden ist markiert. Vielleicht der Waldstandort. Meine Männer warten vor der Stadt. Ich komme mit ihnen nach. Ehre, du läufst weg. Das ist eine Karte. Das ist eine Karte. Da wurde es ein Karte. Als es gibt, wird es ein Karte. Die Aufmerksamkeit ist ein Karte. Ich bin der Karte. Gute. Drei. 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 Ich kann einfach nicht schlafen. Ich hab mein Bett von einer Carja gekauft. Genau wie sie. Sie ist mit euch. Ich hab was entdeckt, oder auch hier? Guck mal hier. Hier steht ein Besuch. Man sagt, ihr Nora bastelt euch gerne Sachen zusammen. Weiter so. Vielleicht werdet ihr eines Tages mal richtig gut. Fähigkeiten hab ich nichts mehr. Apropos basteln. Ich warte auf irgendwas hier. Absch... 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 schlagen. Ja, bastler hier. Fallentschärfer. Das würde ich gerne machen, wie die beiden haben. Ich muss mich nur dran erinnern. Ich muss mich nur dran erinnern. Gelächter. Das war's für Sieg. Das nehm ich lieber mit. Das war's für Sieg. 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 Mal gucken. Ich hoffe, dass ich da hinten wieder dran bin. Ja, komm. Ja, gut. Dann gehen wir mal in die andere Maschine. Wir machen in die jetzt Feuer. Das war's. Derweils Leute. Jetzt geht's los. Einbringlinge! Lass die Maschinen los! Trägt die Ketten! Lass die Maschinen los! 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 Finden wir sie! Lass die Maschinen los! 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 Das passiert, wenn man sich mit der Garde anregt. Weiterlaufen! Ah! Ah! Gut, alles klar, ich würde sagen, danke fürs Zugucken, gebt die Video Daumen hoch, abonnieren, liken, teilen, kommentieren, bis dann, euer Sai, wir machen mal weiter, bis dann, ciao.